Und ich muss gestehen, der Pater Dimpfelmeier, Direktor des Hauses, mein Chef hat maßgeblich untertrieben, also er hat echt oft gelitten unter Frau Mankow und Frau Mierkühler. Ja, also wir sind schon sehr oft gekommen und es hängt ja wirklich viel dran an so einer Tagung. Und wir kommen ab und zu mit so Konzepten und Ideen und dann zu dir und wir erleben dich in einer Offenheit und du sagst dann, ja, probieren wir es aus. Und dafür möchte ich an der Stelle mal ganz herzlich das Vergeizgut sagen, das ist nicht selbstverständlich, weil wir kommen mit viel Arbeit, wir kommen mit viel Vororganisation und einfach ein großes Dankeschön und es macht riesig Freude. Und ich will gleich ankündigen, wir haben schon eine letzte Idee.